Mit dem weisen Worten von Zhongli begrüße ich euch erneut zu einer kleinen Runde Genshin Impact. Diesmal haben wir nach den Ereignissen mit Dein Sleeve ja noch eine Story-Quest getroffen, eine neue, die dazu gekommen ist. Und zwar die von dem guten Boba-Tee trinkenden Kamisato Ayato. Den haben wir bisher noch gar nicht getroffen, auch in keiner sonstigen vorigen Story-Quest. Der hat aber scheinbar schon einige Dinge im Hintergrund spielen lassen, also was seine Fähigkeiten angeht und seinen Einfluss während der Story, die wir schon gespielt haben. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie der Typ denn so an sich ist. Ich weiß von ihm, außer dass er Boba-Tee trinkt, wie gesagt, eigentlich gar nichts. Und daher bin ich immer gespannt. Wer ist das nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, das war doch die, die uns ständig von A nach B geschickt haben, um irgendeinen Brief zuzustellen. Ja, ja, da erinnere ich mich dran. Dein Gedächtnis ist so gut, Palma. Und was denn das her? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich bin mit Kama-Josem und Kama-Josem. Ah, der war doch uns die Verschossen, glaube ich. Oh, das war's. Das ist nicht so, dass ich es nicht so weit überrascht. Es gibt auch nur eine falsche Begründe, die ich zu hören. Ich habe nur gesagt, dass ich eine Wälder für die Wälder für den Wälder für den Wälder. Und dann habe ich auch eine andere Begründe, die ich mir aus dem Wälder hatte. Ich habe auch die Wälder, die sich in den Wälder zu tun und die Wälder zu kaufen. Ich glaube, es ist nicht zu verständig, dass es nicht möglich sein. Also, in diesem Moment, Chisato ist eine sehr gute Möglichkeit. Mittlerweile hat man sich das Ganze um, um sich zu reduzieren und zu reduzieren. Ich glaube, es ist so etwas passiert. Gute, Gute, Gute. Aber... Wie war das? Ich muss mich nicht bemerkt werden. Ich muss dies auf mich selbst verstehen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ja, das ist ja. Ich denke auch, das ist das. Aber das ist nicht so glücklich. Es ist nur ein Verständnis, dass wir nur noch glücklich sind. Ich glaube, es ist kein Problem. Ich habe mich in den Verständnis gewonnen. Ich habe mich verletzt, aber... Du scheinst nicht besonders guter Laune zu sein. Ja gut, wenn dein Schwarm auf einmal heiratet und du dir die Besorgung dafür machen darfst. Dass man da nicht aus dem Häuschen ist unbedingt, in den meisten Fällen ist irgendwie klar. Entschuldigung. Wir haben seitdem noch ein bisschen Zeitdurchschnitt. Aber ich weiß nicht, wie ich meine Frau so gut verabschiede. Der Herr ist gut. Ich habe eine andere Idee, dass du dich so schwer als Haus. Es ist auch eine Frage. Ich habe eine andere Frage. Was ist deine Konsequen? Nein. Das ist überhaupt nicht so. Aber ich habe mich sehr gut. Ich habe mich sehr gut verstanden. Ich habe mich sehr gut verstanden. Was? Eigentlich verstehst du das gar nicht. Ich verstehe das jetzt gerade, was er sagt, auch nicht wirklich. Na ja, warum nicht? Da es sich um ein so glückliches Ereignis zwischen zwei großen Verwaltungen handelt und vor allem, was wäre jetzt so dramatisch dran, einfach direkt zu fragen, das ist jetzt ja nicht so wild. Also von daher. Ach, mit Ayaya lässt sich immer reden. Okay. Sie und Ayaka sind Freunde. Ich habe keine Angst. So, so war das? Ich werde wirklich helfen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Dann gehen wir in Kamisato-Jasik. 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 Dann schauen wir doch mal, wenn die beiden vorne stehen bleiben, dann können sie es ja machen. Oh, ne, hochklettern wollte ich nicht. So, einfach mal die Bude stürmen, direkt die Türen aufknallen und hey, Ayaka. Hey, Ayaka. Oh, ja? Hat ja schon was, ne? Muss ich ja schon sagen. Hm? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich hatte einige Begegnungen mit Ihnen in der Vergangenheit. Ja, das stimmt. 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 Ja, ich war der Briefträger. Ja, das stimmt. 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 Wie ist es dir denn so ergangen in der Zeit, nachdem wir Briefträger gespielt haben? Das stimmt, wir haben ihm ja nochmal begegnet, wir sind ihm ja nochmal begegnet, nach dem Briefgebringstbumszeug da. Ah, wo war denn das? Das war, glaube ich, entweder die Hauptstory mit Raiden Shogun gewesen oder ihre Storyquest, eins von beiden. Da hatten wir eben mit irgendwas geholfen, mit irgendeiner komischen anderen Familie, die gestänkert hat hier. Ich weiß aber nicht mehr, ich habe es gerade nicht mehr so ganz im Sinn, es ist auch schon eine ganze Weile her. Stimmt. Da hat er noch, da hat er noch versucht, gegen Raiden A zu kämpfen und hat dann ja in Anführungszeichen kläglich verloren. Ja, ja, daran erinnern ich mich noch. Toll, der Brief wurde nicht umsonst geschickt. Haben wir also unseren Job gut gemacht. So, nein, nein, ich kann mich nicht so sagen, so ich habe es auch nicht. Ich kann mich noch weiter, aber ich bin Kaze. Ich bin Kaze, das für mich. Ich habe keine Fragen, ob ich mich so sagen. Ich habe auch nicht mehr, ob das Glück mit dir erzählt. Ja, danke. So, was ich über die Kaze? Wie geht's Kaze? Ich habe mir so gut gesagt, wie kann ich das? Das ist nicht so. Es geht nicht um die Verlust zu verhindern. Es wird vielleicht auch ein paar Worte geben, aber... ...dass man sich auch über die Probleme zu denken. Ja. Das ist das Wort. Das ist das, was ich. Wenn du dich selbst selbst fühlst, ist, dass du dich selbst fühlst. Aber ich habe mich nicht darauf, dass du dich selbst fühlst. Aber ich habe mich persönlich sehr viel für dich. Was ist das? Ich glaube, dass du dich nicht auf der Karten der Karten der Karten zu verletzen kannst. Ich glaube, dass du dich selbst fühlst. Du wirst dich nicht auf das Karten zu verletzen. Aber... Ich habe mich überrascht, dass ich mit Chisato zu kommen und mich verletzten. Ich habe mich überrascht, dass ich mit dem Schuss zu kommen. Wenn ich diese Kiefer nicht verletze, dann könnte ich nicht mehr. Ich bin sicher, dass ich es richtig verletzten. Oh, ich habe mich gedacht. Ich habe mich nicht geholfen, aber ich hatte einen Schweren, aber ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht verletzt. Aber ich habe mich nur für die Frage gestellt. Ich werde mich bald wieder zurückfinden. Ja, ich bin auch sehr. Das kann ich sowas von nachvollziehen. Ich meine, wer könnte dem widerstehen, wenn eine hübsche Dame in Anführungszeichen vor dir auf die Knie fällt und sagt, möchtest du mich heiraten, also bitte. Vor allem, wenn die beiden sowieso schon so auf Kuschelkurs sind seit Ewigkeiten. Da könnte, glaube ich, keiner mehr Nein sagen. Also ja. Oh. Moment. Das ist jetzt wieder was anderes, wenn das durch einen Brief nur erfahren hat. Ich meine, Handschriften kann man fälschen. Ich weiß ja noch nicht. Siehste? Habe ich doch gesagt. Möglicherweise ein implizierter Ausdruck. Naja, ich würde eher sagen, möglicherweise hat sie es wirklich nicht geschrieben und irgendjemand versuchte, ein falsches Spiel zu treiben und, äh, Zwietracht zu verteilen. Ich würde sagen, danke. Ich würde mich so gerne aufhören, um mir zu übernehmen. Ich würde mich so gerne aufhören. Ich würde mich so gerne aufhören, wenn ich mir so gerne aufhören. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Brüder schuldigte, aber er hat mir gesagt, dass sie mir schuldigte. Das war der Nacht, dass ich mit dem Kommen hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Kommen hatte. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Kommen hatte. Ja, das ist so, dass wir uns beide kennen. Ich dachte auch, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Aber jetzt, wenn ich etwas passiert, dann muss ich mich immer nach ihm sein, und ich werde mich immer nach ihm sein. Aber das ist so, was ich? Ja, das ist so, was ich. Ich wollte schon vorhin, aber... Vielleicht ist diese Kopflos verliebt. Ich glaub ja, das heißt, Heilsüberkopf. Oder so irgendwas in der Richtung. Aber ja, man kann schon sehr blind werden durch Liebe. Das kann ich nachvollziehen. Oh, das ist so süß. Nachdem sich Kuchu Kamaji von euch verabschiedet hat, scheint Kamisata Ayata euch noch etwas sagen zu wollen.